Zurück bei Österreich auf Reisen, jetzt befinden wir uns hier in Dubrovnik am Hafen direkt, da sieht man ein Glasboot herumfahren, da sieht man das Speedboot herumfahren, dann auch so ein Wassertaxi, ein schönes, da draußen das Partyateufelboot mit dem Hubschrauberlandeplatz, natürlich ein bisschen ordnungsgemäß hierher reisen, vielleicht einen kurzen Rundtrack, wie sonst auch das Panorama da ist, wirkt ein bisschen von Monaco, es ist wirklich wunderschön, es ist halt ziemlich heiß, es hat ziemlich viele Touristen da, da kann man auch ein bisschen die Zecherl ins Wasser strecken, da klingt man springen, das möchte, die zwei Zentimeter runter, da draußen sind halt wieder weitere Inseln, gut, wir werden vielleicht auch so eine Rundfahrt mit so einem Potterl machen, weil dann später wieder 3 zu 1, Bussi!